Ich verurteile den gestrigen Anschlag in Manchester aufs Schärfste. Ich teile den Schmerz mit den Engländern und möchte an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, dass wir auch England bei der Terrorbekämpfung zur Seite stehen und unterstützen werden. Ich möchte mich hier sagen, wie die Länder, die in der Seite stehen und ich möchte.